Wichtig, um Zukunftsfähigkeit zu erhalten, ist aus unserer Sicht ganz klar eine neue Innovationskultur. Transformation und Digitalisierung ist kein Projekt, was man mal eben schnell macht. Dass wir über digitale Dinge viel globaler arbeiten können, ist wichtig. Skalierbarkeit ist in Zeiten der Transformation aus unserer Sicht ein Muss, insbesondere dem mittelständischen Modell. Nicht alles muss eine technische Innovation sein. Oftmals ist es das Geschäftsmodell, was viel Potenzial bietet. Das ist das Geschäftsmodell. Und das ist das Geschäftsmodell. Das ist das Geschäftsmodell, was man sicherstellt. Vielen Dank.